Messi! 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 Die Barca-Fans wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. In Köln feierte der Kölscher FC Barcelona Fanclub die Messi-Gala beim 3 zu 0 der Katalanen gegen Bayern München. Die Mitglieder rechnen schon jetzt fest mit dem Finaleinzug in der kommenden Woche. Das war das absolute Wunschergebnis. Was Besseres hätten wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Wir haben relativ lange gezittert. Aber ich denke mal so ab der 70. Minute war das dann doch ein relativ klare Verhältnis hier. In München auszuscheiden, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ich gehe davon aus, dass wir dort viele Kontermöglichkeiten haben werden. Und wenn wir davon einen nutzen, wird es sehr einfach. Ich habe fast keine Stimme mehr nach diesem großartigen Spiel. In Deutschland einen Barca-Sieg zu feiern, das ist großartig. Hier sind wir viele Ausländer, also aus Barcelona. Und auch wir haben deutsche Leute. Und wir sind wie eine Mannschaft, wie eine Familie, wie kann man sagen. 2009 wurde der Verein in der Domstadt gegründet. Um Mitglied zu werden, braucht man nur eins, die Leidenschaft für den FC Barcelona. Beim Auswärtsspiel in München ist auch der Fanklub aus Köln wieder vor Ort, um ihre Mannschaft um Superstar Lionel Messi endgültig ins Finale von Berlin zu schreien. In Barca! In Barca! In Barca!